Der Vorstart war eh knapp. Es ist ja eine enorme Konstruktionssteigerung. Genau, genau. Das ist ja schon gewaltig. Ja, klar. Bis dann voll da. Wenn man zu und spatt rangeht, dann hast du ja die Lange. Ja, genau. Schwarz ist doch super mit dem... Ja klar, ich mein... Ja. Warum würdest du das weiß machen? Weil es vielleicht noch frischer ist. Von weiter weg finde ich auch, dass dieser schöne Gelbhemd so ein bisschen unterbrochen ist durch den Schwarz. Wenn es vielleicht weiß wäre, wäre es eine... Vor allem, weil es ja auch die weißen Flächen sind. Vielleicht sogar mit so einer roten Kante. Ja, ja. Was ist denn? Kannst du nicht vermeiden oder? Ich bin ja halt meistens vom Training und sowas. Dann halt, wenn man verkehrt ist irgendwo. Ansonsten jetzt hier für noch was... Ja, das sieht man. Das sieht man.